Wusstet ihr, dass schon 15% aller Briten ihr Handy im Klo versenkt haben? Nein? Dann bleibt doch einfach dran, denn jetzt möchte ich mich für 100 Abonnenten bedanken. Wie ich schon vor dem Intro gesagt habe, haben wir bereits schon über 100 Abonnenten, genauer gesagt über 200 Abonnenten erreicht, aber ich habe ja bereits versprochen, ein 100 Abonnenten-Special zu machen, also mache ich das jetzt auch. Los geht es! Und zwar werde ich in diesem Video die witzigsten Aussagen und Fakten der Technikwelt behandeln. Zuerst wollte ich eigentlich irgendwas verlosen. Irgendwas, was natürlich Geld kostet. Und da ich momentan nicht so viel Geld habe, Moment... Entschuldigung dafür, aber natürlich hat Bill Gates Geld. Bill Gates sollte euch alle bekannt sein als Microsoft-Gründer und der hat mittlerweile so viel Geld, dass die US-Finanzbehörde einen eigenen Computer extra nur für ihn kaufen musste, weil die rechtlichen Computer mit seinen Zahlen auf seiner Steuererklärung einfach nicht mehr zurecht kamen. Und dabei hat Bill Gates doch 1995 eine ziemliche Falschaussage getroffen. Und zwar wollte er seine Mitarbeiter auffordern, sich wieder den wichtigen Microsoft-Dingen zu widmen, als er gesagt hat, das Internet ist nur ein Hype. Natürlich sind alle Aussagen, die ich jetzt sage, auf Deutsch übersetzt, damit auch jeder sie verstehen kann. Aber auf jeden Fall sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, dass das Internet alles andere als nur ein Hype ist. Wer sich schon mal gefragt hat, wie viel wiegt das Internet, der findet jetzt hier die Antwort. Das Internet wiegt etwa 50 Gramm. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie kommt mir das da drauf, dass das Internet so viel wiegt, etwa wie eine Erdbeere? Ganz einfach, man misst alle Elektronen, die durch den Datenstrom des Internets bewegt werden und dabei kommt man etwa auf 50 Gramm, wenn man eine Sekunde Datenvolumen misst. Und wie kommt man ins Internet? Natürlich mit einem Computer. Dabei hat Thomas Watson, Mitgründer von IBM, und das ist eigentlich ziemlich lustig, weil IBM mittlerweile, ja, eins der größten Unternehmen in der IT-Branche ist, egal ob jetzt als Berater, Software oder Computerhersteller. Und da hat Thomas Watson eben als Mitgründer von IBM gesagt, ich denke, das ist ein Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Und mittlerweile hat IBM doch ein paar mehr Computer betreut, gebaut und Serversysteme aufgesetzt. Eines der wichtigsten Datenträger für Computer sind natürlich hier solche Silberscheiben. Und von denen hat Jan Timmer 1982 gesagt, wer braucht eigentlich diese Silberscheibe? Jan Timmer, der war damals im Vorstand von Philips und die haben in Kooperation mit Sony die CD erfunden. Da hat sich wohl einer gewaltig getäuscht. Was man auch von diesen CDs bzw. DVDs konsumiert, sind natürlich Filme, ganz klar. Und Harry Warner, das ist der Mitgründer von Warner Brothers, der hat 1927 gefragt, wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören? Ich, und das hat auch seine eigene Produktionsfirma gesagt, Warner Brothers hat nämlich im selben Jahr noch den ersten längeren Tonfilm vorgestellt. Wer natürlich irgendwas schon mal am Computer gearbeitet hat, der weiß, dass man, naja, schon eine relativ große Festplatte mittlerweile braucht. Zumindest wenn man Filme, Musik, alles mögliche halt verwaltet. Ein Video von mir hat zum Beispiel meistens so um die 2 Gigabyte Größe. Bill Gates war 1981 noch der Ansicht, 640 KB sollten für jedermann genug sein. 640 KB. What the fuck? Man muss natürlich zu allen Aussagen sagen, dass sie damals gemacht worden sind, vor einer Zeit, wo Computer noch schrankgroß waren und das Internet eigentlich noch nicht so weit voran war. Schrankgroß, das hat auch Steve Jobs bemängelt. 1985 hat er zum Beispiel gesagt, für einen Reporter, der unterwegs Notizen aufschreiben will, ist das interessant. Aber für den Durchschnittsnutzer sind diese Geräte nicht so nützlich und es gibt auch kaum Software dafür. Gemeint waren Laptops. Übrigens 1991, also 6 Jahre später, brachte Apple das erste Powerbook heraus. Steve Jobs war übrigens zu dieser Zeit nicht als Firmenchef tätig. Und zum Schluss noch ein sehr interessanter Fakt zum Gehirn, zum menschlichen Gehirn. Das kann nämlich pro Sekunde 11 Millionen Bits aufnehmen an Informationen. Verarbeitet werden davon etwa nur 40. Das ist natürlich ein großer Verlust und was auf jeden Fall kein Verlust wäre, wäre, wenn ihr hier einfach mal auf Abonnieren drückt, damit das 300 Abonnenten Special auch noch bald kommen kann. Kommt natürlich erst nach dem 200 Abonnenten Special. Und das 200 Abonnenten Special kommt wahrscheinlich auch erst in einem halben Jahr wie das 100 Abonnenten Special. Wie auch immer. Kommen wir zum letzten Fakt zu meinem Kanal. Ich bin das häufigeren Mal in der Google Analytics unterwegs und dabei komme ich häufiger auf solche Zahlen hier. 100% männliche Zuschauer. Kein einziges weibliches Individuum. Was ist da los? Bitte empfehlt meine Videos doch mal an die weibliche Fraktion weiter, damit es nicht ganz so maskulin hier bleibt. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und auf jeden Fall nochmal ein heftiges Danke für 100 Abonnenten. Wirklich vielen, 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 vielen. Ich will mich jetzt nicht 100 Mal wiederholen. Vielen Dank, 200 Abonnenten Special kommt auch noch irgendwann. Lasst euch überraschen und bis dahin sind wir ja vielleicht schon 300. Ciao. Auf Wiedersehen.